Wir haben hier einen Mercedes GLE 350D mit TÜV bis 2024, okay? Die Nummer ist schon unterdrückt, ich habe meine Nummer schon unbekannt gemacht. Also Chad, wir haben hier einen GLE, wir haben hier einen Preis von 30.000, wir wollen den aber sehr günstig haben für eine Geburtstagsparty und der Cousin hat schon mal das ein oder andere Auto verkauft. Natürlich, das ist immer eine von die Biste. Guck mal meine Google-Bewertung von meiner Straße. Ich bin die Biste, gibt es zwei. Ich bin die Biste von beiden. Ja, hallo. Hallo? Ja? Hallo mein Lieber, wie geht's? Wer ist da? Äh, Fausi, ich hoffe an für deine Mercedes. Ja? Äh, der Wagen ist noch da? Ist noch da, ja. Wie viel ist gelaufen, der Wagen? Wer ist denn da? Fausi, Fausi, ich habe den jetzt hier im Internet, da haben wir schon gefunden, der Ansage. Ich bin Händler. Ach so, okay. Wie viel ist gelaufen, die ich mir gesteckt? Ja, 188. 188, ja? Und der Wagen, der hat auch Kuppelung, alles gut mit der Kuppelung und da gibt es so Probleme auch. Bei der Mercedes, da gibt es immer Probleme, weißt du? Okay, wo haben Sie das Auto gesehen? Im Internet. Wo haben Sie das gesehen? Im D-E-B, im D-E-B. Ey, Bruder. Bruder, der nimmt jetzt Anzeige raus. Der nimmt direkt raus. Bruder, wir haben einfach zwölf Uhr. Aber der war voll fit, Bruder. Wo haben Sie das denn gesehen? Im Internet. Okay, aber warum stellt man die Frage, wenn man danach auflegt? Leg doch einfach auf. Ach so, im Internet. Leg doch einfach auf. Bruder, Bruder, ich küsse dein Herz, verkaufe dein Auto, ihr Salami. Der Wagen ist seit acht Jahren drin. Stell mal raus. Warte, wir machen weiter. Wir machen weiter. Tu mir mal einen Gefallen, ruf mal Deutsche Bahn an, Bruder. Wir rufen bei der Bahn an. Wir rufen bei der Bahn an. Ich mache schon deine Side-Karte, ja? Ich mache schon mit Sauersaabsauce, ja? Bruder, wir haben ... Ach, das erzähle ich nicht, Bruder. Das erzähle ich nicht. Erzähl, Bruder. Das erzähle ich nicht, Cousin. Dann bin ich morgen überall wieder unterwegs, Cousin, und ich muss mich dafür rechtfertigen und ein Statement machen, Bruder. Lass mal. Lass mal, lass mal. Am Ende kommt wieder Carsten rein. Das ist ja ein Rasi. Dann lass uns doch mal quatschen. Was war denn da? Was war denn los gewesen? Ist unverhandelbar. Hör auf damit. Bruder, Deutsche Bahn Hotline. Google mal einfach Deutsche Bahn Hotline. Deutsche Bahn Hotline? Das ist Maximum. Warte. Hast du das schon mal gemacht? Ja, Bruder. Echt? Bruder. Weil das Ding ist, die müssen auch dranbleiben, Bruder. Ist das 030? Nein, das ist Kundenservice, ne? Ja. Mach mal Kundenservice, Bruder. Ja. Ist das die Vorwahl? Ja, ja. Berlin. Das ist kein Problem. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Es geht schnell. Echt? Ja. 30 Minuten. Halbe Stunde sind die dran, Bruder. Es geht schnell. Was hast du für Langeweile, Bruder? Jetzt kommt gleich irgendwas zur Auskunft, Bruder. Guck mal, was ich mache. Aufgrund der erhöhten Nachfrage empfehlen wir Ihnen diesen Kündigungsweg. Ja, aber ich will doch kein Haus kaufen, Alter. Bruder, was... Warte, jetzt kommt, die kommt gleich. Eine Herz-OP ist kürzer. Wallah, Bruder. Das lohnt sich. Vertrau mir. Ey, hier schreit gerade jemand. Hotel anrufen. Das ist auch geil, Bruder. Boah, Wallah, Hotel anrufen. Ey. Hotel ist stark. Wer ist das? Hellraiser. Hellraiser 7000... Was ist das für eine Zahl an meinem Namen, Bruder? Wer will den zählen? Machen wir. Boah, Hotel muss man als Vietamese anrufen, Bruder. Nein. Schönen guten Tag. Äh... Ich... Ihren Namen nicht verstehen gemacht. Meier. Markus. 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 Ich bin kurz eine Frage. Ich bin jetzt, äh... Ich bin jetzt, äh... Station, äh... Aus... Aussteigung gemacht. Ich muss nach Köln. Köln. Ja, und wo sind Sie jetzt? Äh... Ich bin jetzt, äh... Stadt. Gümünistische Stadt. Bitte, wo? Gümünistische Stadt. Ich vers... Ich kenn diese Stadt nicht. Ich versteh Sie nicht. Ich auch nicht. Ich bin falsch aussteigend. Ich verstehe. Ich... Und meine Frau schon, äh, jetzt komisch messen. Markus. Äh... Stadt. Stadt. Gümünistadt. Ich bin kurz eine Karte. Ja, dann kurz eine Karte. Dann kurz ein bisschen. G? Mhm. Äh... O... 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 Ok, das ist ja... Oh, das ist ja... Oh... Geh. Dann, oh, oh... Mit Swipe und... Oh, Win Swipe und... Geh. know? Ja... Wir erkenn. Oh. R. Z. Ich kann ihn nicht folgen, ich kann ihn nicht folgen, ich kann ihn nicht folgen. Ich bin guter slow, guter slow, ich bin guter slow. Guter slow, okay. Und Sie müssen wo hin? Köln, Köln. Ich bin guter slow, ich bin guter slow. 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 So. Sie sind jetzt in Güter slow und müssen nach Köln. Güter slow und jetzt ich bin Köln, Köln. Er ist weg. Markus. Ich verstehe jetzt nicht was Sie. Sie müssen nach Köln oder wo müssen Sie jetzt? Richtig Abi, ich bin jetzt in Güter slow und ich muss Köln. Kollege schon gesagt, richtig aussteigen, aber falsche Station. Ich bin jetzt in Güter slow, aber ich muss Köln. Haben Sie ein Nahverkehrsticket oder haben Sie ein Fernverkehrsticket? Ich bin kein Ticket. Sie haben kein Ticket? Ich bin nicht Ticket, ich bin schon online. Ticket. Ich glaube ja nicht. Ich verstehe. Tut mir leid, ich verstehe Sie nicht. Ja, Frau. Frau mal. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen helfen soll. Tut mir leid. Sekunde. Die sagen einfach, wie Sie haben kein Ticket. Bruder. 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 Ich dachte, wir müssen ein. Gemüste. Bruder. Sie haben fast mit dem, Alter. Gemüste. Oh, oh, oh. Mit zwei Punkten. Bruder. 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 Hotel ist krass. Bruder. Ich bin Schwarzmacher, Bruder. Ich bin Schwarzmacher. Ich nicht gewusst. Ich bin Ticketkabel auch noch. So geil. So geil, Bruder. Bruder, wie nur. Ey, welches Hotel? Welches Hotel? Boah, Cousin, wir machen Dings, Bruder. Wir machen Sheraton. Sheraton, Bruder. Sheraton, Cousin. Aber als was rufen wir an? Als Vietnamese, Bruder. Nein, 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 Cousin. Warte, wir müssen das geil machen. Wir rufen an, als Fosy, der gestern ein Zimmer gebucht hat, heute ausgecheckt ist, aber der hat seinen Ballermann vergessen. Im Zimmer. Die legen sofort auf, Bruder. Hä? Die legen sofort auf. Bruder, warum verbinde ich immer alles mit Stress? Bruder, der will direkt Ballermann. Bruder, dann glaub mir, die legen auf. Waldorf Astoria. Bruder, wenn schon, denn schon. Cousin, mach das mal. Du hast Dings, du hast Kokain da liegen lassen. Egal, Bruder, wir rufen ihr unbekannt an. Du hast halbe Kokain vergessen. Gib ihm. Und ne 9mm. Gib ihm. Das müssen wir essen. Gib ihm. 3-0. Dankeschön. Aber, Bruder, warte. Danke, Habibi. Aber, Bruder, ich glaube. Danke, Habibi. 00. Bruder, ich glaube. Bruder, ich glaube, das wird ganz schnell abgebrochen. Weißt du warum? Weil die werden sagen, geben sie mal ihre Zimmernummer. Dann werden die sagen, geben sie mal ihren Namen. Weil die werden die keine Auskunft geben, dann werden die direkt auflegen. Das ist meine Angst. Du musst als Kunde einfach ein Zimmer buchen. Ja, ja. Weil die werden, die werden, ach so, sie haben was vergessen. Ja, wo denn? Geben sie mir ihre Zimmernummer. Ihr Name, habe ich hier leider nichts drin. Tut mir leid, werden wir die auflegen. Du musst ein Zimmer buchen, Bruder. Echt? Ja, da kannst du auseinander nehmen. Weil die wollen Cash machen, da müssen die drin bleiben. Okay. Du nennst dich Kanan Zimbabwe. Okay. Okay, Araber, als Araber, ja? Keine Ahnung Zimbabwe. Gib ihm. Ich mache so Dings durch und dann können wir sprechen Englisch. No Englisch. Nein, 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 nein. Du bist ein reicher Schicht. Okay. Willkommen in Waldepastoria, Berlin. Mein Name ist Rehane. Wie kann ich wirklich sagen? Schönen guten Tag. Mein Name ist Fawzi. Ich will bitte eine Zimmer buchen für eine Familie aus Saudi-Arabien. Für wann denn? Das kommt, Allahumma salli al-Nabi, 26.90. Da kommt die schon. Alles klar. Ich schaue mal kurz nach, ob wir was verfügbar haben. Bis wann denn? Drei. Sekunde. Fünf Tage. Zwei Wochen. Also vom 26. bis wann? Zwei Wochen. Also wann soll das Checkout da zum werden? Zwei Wochen. 26. Zwei Wochen. Zwei Wochen. Zwei Wochen. Zwei Wochen. Mach mal zum Senti. Der reicht schon. Okay. Für wie viele Personen? Siebzehn. Siebzehn Personen. Siebzehn. Siebzehn. Siebzehn Personen. Siebzehn Personen. Siebzehn Personen. Da kann man auch. Ja, da geht schon. Zwei Wochen. Zwei Wochen. Reicht. Das ist ernst. Also es ist ja auch ein Fünf-Sterne-Haus hier. Da kann man auch. Fünf Sterne. Gut. Aber fünfhundert. Das ist auch ein bisschen. Bisschen. Also das ist. Das sind leider unsere Preise. Das tut mir mega leid. Okay. Sekunde bitte. Und wenn man. Wenn zum Beispiel. Die nimmt. Drei Zimmer. Da kann man auch runter mit dem Preis. Bisschen. Oder. Schauen Sie mal. Ich habe es Ihnen gerade gesagt. Also siebzehn Personen. Wir nehmen. Zimmer. Zwei bis drei Personen. Da können wir Ihnen nicht drei Zimmern geben. Für siebzehn Personen. Ja, aber da hat. Da braucht man nicht. Da haben Sie nicht gesehen. Die Leute, die gehen mit dem Feuchstuhl hoch. Die schlafen. Sie bitte? Da kann man auch ein Auge zu drücken. Nee, das ist leider nicht möglich. Ist nicht möglich, ja? Das ist mega leid. Okay. Siebzehn Personen. Bleib ruhig bitte. Siebzehn Personen. Da braucht man wie viele Zimmer? Neun Zimmer, ja? Ungefähr, genau. Neun Zimmer. Eine Zimmer am Tag 500. Zwei Wochen, wie viel macht das? Ja. Mit dem Feuchstuhl, ja? Ich müsste das ganz kurz nachrichten, ja? Ja. Cousin, der Mann hat sieben Frauen. Er ist siebenmal verheiratet. Und alle müssen, wenn der kommt, müssen alle Kopftuch tragen, Bruder. Burka. Burka, Burka. Das wären so insgesamt 70.000 Euro. Das können wir machen. Okay. Ich bin nur ein Vermittler, weil ich kenne Arabisch und Deutsch. Nur hat er mich schon beauftragt. Jetzt die Frage, der hat seine Frau. Und bei unserer Kultur ist das auch ein bisschen problematisch für andere Männer. Sie kennen das. Ich glaube, du weißt so. Und jetzt, wenn zum Beispiel die Reihen laufen, da will nicht die anderen Leute seine Frau gucken. Bitte. Okay. Das ist kein Problem. Kann man machen. Da macht man so eine Gipsenburg, Gipsenburg-Wend, und dann kann er direkt in seine Zimmer hoch. Ähm, was meinen Sie? Da kann man irgendwas abdecken, da geht direkt, ich bin, das ist ein bisschen komisch auch. Ich verstehe das. Das tut mir auch leid. Ich muss nur eine fragen. Die will nicht, eine Mensch guckt seine Frau. Also dann kann ich Ihnen ehrlich gesagt gar nicht ganz weiterhelfen. Weil, wie soll das denn gehen? Also die Dame muss ja irgendwie auch hier einchecken, oder? Ja, das ist deine Arbeit. Da muss man auch eine Lösung finden. Da sind immer fünf stehen und da willst du 70.000. Meine junge Frau, ich bitte dich. Da muss man auch ein bisschen kompromiss. Also ich verstehe Sie. Also ich weiß nicht, ob das jetzt tut mir leid. Also, ob es jetzt ein schlechter Wiss sein soll, oder ob Sie das wirklich ernst meinen. Wiss? Warum wiss? Ich mach keinen Spaß. Ich bin nur Vermittler. Ich mach nur meinen Job. Das ist und. Ja, also, ähm, natürlich ist das möglich. Aber, ähm, da müsste ich Ihnen leider jetzt sagen, da müssen Sie sich bei unserer Reservierungsabteilung melden. Da gib mal die Reservierung bitte. Dame Saidis. Ja, aber die sind leider jetzt nicht verfügbar. Dann mach mal im Wach bitte. Die meinen es zahlen 70.000. Das ist kein Spaß. Da kann man auch ein bisschen servisten. Cash. Ich sage Ihnen gerade, unsere Reservierungsabteilung ist ab Montag ab 9 Uhr erreichbar. Da können Sie sehr gerne nochmal anrufen. Dann können wir Sie gerne an die Kollegen weiterleiten. Dann kann die Kollegin eventuell auch was mit dem Preis machen. Aha. Aber jetzt kann ich keine Reservierung für neun, neun Zimmern, beziehungsweise 17 Personen machen. Okay. Aber bei der Preis... Sie sprechen ja gerade mit der Rezeption. Verstehen Sie? Ich verstehe. Aber bei der Preis. Da kann man noch was machen, ja? Also, ich kann Ihnen jetzt im Voraus nichts sagen. Deswegen sage ich Ihnen, am besten am Montag anrufen, mit der Reservierung reden. Gut. Da rufen wir am Montag nochmal an. Sehr gerne. Bitte. Können Sie aufschreiben. Einer vermerkt. Da haben wir schon telefoniert. Die Leute, die weiß gleich Bescheid Montag. Weil die Zeit ist auch schon knapp. Die kommen 26. Ja. Also, dann müssen wir dann halt schauen. Auch je nach Verfügbarkeit. Und wo viele Zimmern frei haben. Gut. Okay. Da schreit mal. Sie können auch den Leuten sagen. Da geben wir schon Zeit bis Montag. Wenn nicht, dann geben wir so etwas. Alles klar. Alles klar. Dann wünsche ich mir schönen Abend, ja? Ebenso. Ich danke dir, mein Leber. Ich danke dir, mein Leber. Ich wollte, dass du sagst, dass die Mitarbeiter, männliche Mitarbeiter Hijab tragen würden. Alle Sonnenbrille. Alle Sonnenbrille. Die Leute. Die Männer, alle Sonnenbrille. Zwei Wochen. Da darf kein Mensch rein. Cousin, das ist so geil. Dann machen wir eine schöne Party heute. Cousin, bist du als Abend heute unterwegs oder bist du Dings? Ich hab mich eigentlich auf Dings gefreut, Bruder. Auf wen? Auf Malte. Was sind Chancen, Leute? So. So. Ganz kurz. Magic Puff Movie. Fuck. Mega. Ist aber Chancen aus Plastik und so. Du bist ein Mörder, Gazi. Obwohl du es... Du willst es nicht, aber... Ei. Marschalls ist hier am Lachen, ne? Was gibt es da zu lachen, Leute? Fuck. We have... Ei. In Englisch, we say, we have one chance, one opportunity is one world. That's the case. Oh fuck. That's the case. That's the case. That's the case. Hey, Cousin. Wenn ich etwas sagen darf, Bruder. Darf ich ihr rauchen? Bruder, ich liebe es nicht nur, dass wir Freunde geworden sind. Und ich liebe es auch dir sagen zu können, Bruder. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von dir, Bruder. Ich schwöre dir. Bruder, es gibt keinen, den ich kenne, der Comedian ist und sich so in die Charaktere hineinversetzt, wie du das machst, Bruder. Ich bin ein riesen Fan von dir und deswegen schätze ich und liebe es, dass du heute hier anwesend bist, Bruder. Ich schwöre bei Gott. Wallah, Razi. Razi, ich sag's dir von, also ich guck dir dabei in die Augen. Du bist einer dieser Menschen, dich sieht man einmal und man ist mit dir sofort down. Das ist ein Lustpunkt für mein Armutszeugnis, Bruder. Nein. Du bist ein richtig herzlicher Typ, obwohl du hast ja einen Standing, Bruder. Standing, Bruder, du gehst ja jetzt gerade durch die Decke. Dankeschön. Du gehst gerade voll ab. Dankeschön, mein Bruder. Und du bist in aller Munde und es wird auch noch krasser werden. Aber du bist so ein richtig herzlicher Typ. Man ist sofort mit dir down. Und Leute, wenn er in Berlin ist, man ist so, Bruder, ich freue mich, wenn du nach Berlin kommst. Ich habe gerade gesagt, wenn der Harald mitbekommt, dass ich in Berlin bin, Bruder, er ist einer der ersten Menschen, der mich anruft. 100 Prozent. Und ich liebe einfach den Menschen, der du bist, Bruder. Bruder, ich dich auch, Wallah. Allah eresrak, Bruder, und das wird doch krass. Jamihan, Yarab. Jamihan, Yarab. Also, weg von den ganzen Dings, Bruder. Du warst in Düsseldorf. Genau, Bruder. Ich hatte einen Auftritt gehabt. Weißt du, was das ekligste Gefühl ist auf der Welt? Kennst du das, wenn du so Zeitdruck hast? Ja. Aber Zeitdruck war eine Sache, die du nicht beeinflussen kannst? Ja, ich kenne das. Ich krieg meine Krisen, Alter. Ich kenn das, Bruder. Es war auch nicht, es war ja sehr, sehr spontan. Mhm. Wir haben ja eigentlich angekündigt. Also, ich hab eigentlich damit gerechnet gehabt, dass du letzte Woche Samstag erscheinst, Bruder, aber wir haben beide unsere Terminkalender sind, äh. Mach. Manchmal ist das Zeitdruck. Verstehe? Töcher bin ich nicht. Manchmal ist es Zeitdruck, manchmal gibt es nicht Zeitdruck. Verstehe? Ich bin heute zum Beispiel in Düsseldorf. Verstehe? 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 Ja. Verstehe. Oh Allah, du bist auch, du bist auch eine richtige Kühneferkuss, ey. Oh Allah. Oh, du bist diese Kühneferkuss mit Dings drauf oder mit dieser, äh, wie heißt das? Mit dieser Schmand und diese... Kaimach. Ja, Kaimach und diese bisschen Pistazien drauf. Für diesen... Nicht für Geschmack, nur für Aussehen. Einfach dieses ganz... Schmeckt nach nichts. Es ist einfach so Haselnüsse, aber grün gefärbt. Ich hab ein paar Fragen vorbereitet. Sehr gerne. Ich würd dir aber, ich würd dir aber gerne wissen, ähm, du kennst ihn, du kennst ihn selber. Du kennst ihn selber. Es ist der, ähm, Hakan in dir. Ja. Und den Hakan in dir, hab ich ein paar Fragen vorbereitet. Okay. Und zwar... Hast du einen berühmten Crush? Ich habe. Wer ist es? Tele... Aber nicht Aufnahmen machen, ja? Nein, nein. Ich bin verheiratet, ich bin von Hause. Ich liebe... Chirim David. Ich liebe Chirim David. Chirim. Mach. Chirim. Dein Eis ist nicht gut. Aber dein Eis ist nicht gut. Chirim. Chirim. Chirim David. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Ey. Bitte tut mir einen Gefallen, bitte, bitte tut mir einen Gefallen. Mach bitte ein... Mach bitte ein Screen Recording. Mach bitte ein Screen Recording. Mach bitte ein Screen Recording. Und ladet das auf TikTok hoch und markiert Chirim David. Also... Hallo Hakan. Dein... Also dein... Also dein... Also... Ähm... Chirim David, ne? Chirim David. Chirim David. Halt... Chirim David. Auch wenn nicht. Nicht mein Typ. Aber Herz, Habe. Woher weißt du, dass er ein gutes Herz hat? Chirim David? Chirim. Hallah. Schade. Schade, Chirim David. Andere Mann schon weg. Schade. Äh... Hat er einen Freund? Ich glaube, Inshallah, dein Mann Beinbrechen gemacht, Chiri. Ich bin richtig, Herr Mann, Chiri. Wir machen die nächste Frage. Hakan, gehen wir mal davon aus jetzt, nach deinem Feierabend in deiner Dönerbude, triffst du Shirin David auf der Straße an. Wie würdest du sie ansprechen? Ach, Leute. Zum Beispiel, Chiri laufen kann. Ich sage, Chiri, ich will bitte deine Fußtreten machen. Was willst du machen? Fußtreten machen. Auf Schuhe treten. Ja. Dann Chiri fragen, warum? Ja. Dann habe ich Antworten gemacht, ich will erst der Türke sein, der Mundbetretung hat. Güzelme. Güzelme, Merti. Ich sage, Hakan, ich muss eigentlich weiterfragen. Ich habe die Frage nicht gestellt. Die Fragen haben die Community. Okay. Hakan, gehen wir mal davon aus, dass Shirin David deine Liebe nicht erwidert wird oder nicht erwidert hat. Was machst du gegen Liebeskummer? Müstüm Gürsün. Diese Musik? Diese Musik? Shirin, ich liebe dich. Vielen Dank. Ich liebe dich. 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 Shirin. Allah, deine Anahe versin es. Ich hoffe, Shirin. Ich liebe dich. Hade, eyvallah. Shirin, ich liebe dich. Ich liebe dich. Und dann zu Hause Kinder machen. 17, 20 Kinder. Allah gibt. Aber. Wir richten. Geh leh, du wirst. Geh leh, du wirst. Was? Du hast einen maximalen Schaden, Bruder. Ich sehe gerade, du hast eine stabile Community hier. Bruder, meine, Bruder, die Community hier, das ist familiär, Bruder. Das ist sehr familiär, Bruder. Stark. Du hast mir schon in Berlin gesagt, dass du gar nicht mehr, das ist so richtig dein Ding, Bruder, ne? Ja, Bruder, ich habe jetzt, ich glaube, das ist der vierte oder fünfte Livestream. Ah, krass. Und ich habe mir eine kleine Fanbase hier aufgebaut, Bruder. Wirklich sehr, ich mag dieses Wort Fans nicht, Bruder. Ich mag dieses Wort Fans nicht, Bruder, aber deswegen nutze ich auch immer Cousins und Cousinen. Ja. Wir sind stabile Cousins und Cousinen unterwegs, Bruder, und die feiern mich genauso, wie ich die feier. Geil, 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 Bruder. Hammer. Und es macht Bock, Bruder, es macht Bock. Viele schreiben mir auch, wenn jetzt kein Livestream geplant ist oder so, die schreiben mir einfach random. Ja, Mann, ja, was mit live? Sag, wo warst du jetzt live? Sag, komm mal live, ich habe nichts zu tun. Ja, warte, aber schon, sagst du nicht. Komm mal live, ich habe Feierabend. Und ich denke mir, Bruder, ich habe doch auch zu tun, Bruder. Ich kündige doch schon an, wenn ich komme. Geh doch vor meinen Rücken. Geh vor meinen Rücken. Ich will keinen Rücken. Pass auf, ich habe mir die nächste Frage vorbereitet. Hakan. Deine Jungs rufen dich zum Feiern gehen. Ihr habt das schon lange geplant. Und dein Crush, Shirin David, schreibt plötzlich, lass was starten. Was sagst du zu deinen Jungs? Das ist mein Lieben. Ich muss gehen. Wenn dich nicht mehr sind, das ist mein Irre Problem, nicht mehr. Geh, hadi. Hör, weg, komm schon, holen, hadi yallah. Ach du, hadi, hadi. André telefon, Shirin David. Shirin. Ich komme. Meine Süße, Dicke, meine Dicke Blume, Geleceğim Şimdi, Çiçekli, Fistikli, Şirin, Şirin, Hadi Şirin, Kersanman, Aynanman, Samhauten, Nessariksköken, Sexy Partiment. Die Frage würd ich gerne Malte stellen. Okay. Malte. Malte, worüber kannst du am besten lachen? Sag ich dir. Ich freue mich, wenn wir uns irgendwo angeklebt haben und so ein Autofahrer richtig ausflippen tut. Freut mich. Ich find's geil. Leute, kurz nochmal an euch. Vielleicht können die Leute einfach mal so eine Eins schreiben, wer ist von euch Autofahrer? Wer ist von euch ein aktiver Mörder? Einfach mal kurz eine Eins bitte rein. Aktiver Mörder nennst du Autofahrer? Ja, es ist Mord. Es ist Mord. Es ist Mord. Guys, es ist Mord. Ich kann gar nicht mit dem reden, Wallah. Hier sind überall Einsen drin. Ey, ihr seid alles Mörder. Und ey, Karma's coming for everybody so. This is the case. Karma's coming. Fucker. Ich geh's los. Ich hab echt keinen Bock mehr. Also, Autofahrer sind für dich aktive Mörder? Ja, mega natürlich. Ganz klar. An was machst du das Handfest? Guck mal. Hast du ein Auto? Ja. Geil. Toll. Cool. Cool. Fährst du auch gerne Auto? Ich bin Autofahrer mit Leib und Seele. Ich bin Vollblut Autofahrer. Okay, das war's. Ich bin jetzt rekt. Ey, warte ganz kurz. Du bist Leib und Seele. Ey, wenn du so mit deinem Auto so. Ey, jetzt kurz. No hate, so no front. Okay. Ich bin jetzt Gazi. Ich bin krass so. Ich bin Rapper. Ich bin cool. Ich hab voll was gepackt im Leben irgendwie. Fucking, ah. Steig in meine fette Karre ein, so. Fahr durch die City. Ey, weißt du, wie Vögel an den Geräuschen sterben. An welchen Geräuschen sterben? CO2, man. CO2. Ey, das ist aktiver Mord. Du beteiligst dich am Morden. Aber ist das... Du bist ein Massenmörder. Oha. Oha, Bruder. Du bist ein Massenmörder. Aber an was machst du das Handfest? Gibt es Statistiken, die das beurteilen, was du sagst? Also, hast du eine Quellenangabe? Ne, aber wir können jetzt gerne mal durch Essen City laufen und uns tote Vögel irgendwo im Park zusammensuchen. Das ist so ne fucking Frage. Gibt es da Statistiken? Das ist ein Fucker. Es ist ein Mord. Da brauchen wir gar nicht viel rumzureden. Was soll denn das da? Gilt das nur für Autofahrer? Kanzi, guck mal. Du sitzt da jetzt gerade so. Halt mal bitte kurz in die Kamera. Mit deinem Magic Puff. So, es ist Plastik. Weißt du, wie viele Jahrzehnte es dauert, bis sich fucking Plastik in dem Meer wieder absetzt. Jahrzehnte. Ja, aber ich kenne jetzt keine Menschen, die das bewusst ins Meer schmeißen. Sondern es ist immer ein Versehen. Und ein Versehen kann man doch entschuldigen, oder nicht? Sehe ich aber anders, wenn ich den Libanon zum Beispiel angucke. Da ist eine Menge Plastik drin oder so. Jetzt ist die Frage, woher kommt das so. Das werft ihr da unten rum. Ich habe nichts gegen Ausländer oder so. Aber... Shirin David, Liebeskummer. Hakan redet. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Mein Name ist Hakan Dündürk. Ich bin von Duisburg. Chat, Screen Recording. Sofort. Sofort Screen Recording. Ich liebe, ich habe ein bisschen schlechter Gedanken. Sie haben was? Schlechte Gedanken. Mein Kopf. Ich bin schlechte Gedanken. Ja, Sie haben schlechte Gedanken. Schlechte Gedanken. Ich bin, ich bin, äh, meine Frau Ternkema. Jetzt, ich bin verliebt andere Frau, Shirin David. Aber, ich weiß es nicht, ja? Frau, ich verlasse mich immer. Verstehen, ja? Ich bin Deutschland alleine. Meine Sohn, meine Sohn, scheiße, Germant. Ich bin alleine, ja? Ja? Ich bin, ich bin, leere. Was machen? Gehst du aufweinen? Anje? 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 Nachigkeit. Anje? Anje? mehr. Mein Sohn ist er. Jetzt bin ich ausgebildet, eine Frau gefunden. Ich bin alleine zu Hause. Keiner kommt, keine Fragen. Eine Frau ist weggegangen. Jetzt bin ich verliebt gemacht. Chirindavid, aber Chirindavid ist ein anderer Mann. Und Sie finden auch niemanden mehr für sich? Ich bin ehrlich, ich suche eine Frau. Sie suchen eine Frau? Ich suche eine Frau. Frau, zu Hause zusammen, Kornmann, Spaßmann, Liebe, schöne Wort, aber nicht finden kann man. Aber wie können Sie das finden? Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin zum Beispiel immer Filo gemacht, Kuchen gemacht und Einkaufszentrum rausgegangen, aber ich habe nicht viel gemacht. Sie haben auch gar keine Bekannten, keine Freunde. Ich bin schon. Ich bin Bekannte in Berlin, aber weit. Ich bin in Düsseldorf. Bekannte in Berlin zusammen. Manchmal fast die Zeit, Internet, WhatsApp schreiben, aber nicht Kontakt. Richtiger Kontakt nicht. Verstehe? Jetzt, Sie haben zum Beispiel Tippgebung gemacht, ich bin richtig alleine. Ich bin richtig traurig. Ja, das ist ja auch traurig, wenn man allein ist. Natürlich. Sie sind auch alleine, oder? Nein, ich bin nicht alleine. Sie sind, aber Sie sind verheiratet oder alleine zu Hause? Ja, ja, nein. Nein, ich bin nicht alleine zu Hause. Sie sind schon lange gemacht, ja? Bitte? Sie auch, Duisburg oder welche Stadt? Nochmal. Sie auch, Duisburg oder welche Stadt kommen Sie? Nein, nein. Nein, nein. Nein, ich bin, die Telefonseelsorge ist ja in verschiedenen Städten. Und Sie sind in welcher Stadt? Nicht in Duisburg, in Wesel. Wesel? Wesel. Wesel, ich komme. Und dann? Und dann zusammen zum Beispiel sprechen machen. Vielleicht, ich bin, ich bin besserer Gedanke. Äh, Sie wissen ja, dass das nicht geht. Es ist ja anonym. Ne, nein, nein. Ich bin telefonisch angeben, nicht mehr. Äh, ja, was können Sie machen? Sie, äh, kochen, zum Beispiel. Ich bin, ich bin, Dönerproduktion gemacht. Äh, ich bin, ich bin, äh, lustiger Mensch. Ich bin, ich bin Spaß gemacht. Spassieren, gehen. Ja, dann. Sie können doch in, äh, äh, es gibt Restaurants in Duisburg. Ja, ich weiß. Wo Sie sich auch mit anderen treffen können. Aber Duisburg, Duisburg nur, nur Bulgarischer. Ja. Ist gut. Bulgarischer ist so ein bisschen, ja, ich denke, ja. Aber ich bin zum Beispiel Deutsche Frau. Ich bin nicht Ausländische Frau. Ausländische Frau meine Kopf kaputt gemacht. Jeden Tag Stress gemacht. Ich bin Deutsche Frau besser. Ich bin auch Deutsch. Ich bin, schon 55, 35 Jahre Deutschlands. Mein Kopf, nicht türkischer Kopf. Mein Kopf, deutscher Kopf. Verstehe. Und jetzt zum Beispiel, zum Beispiel, äh, Sie kommen in Wesel, ja? Was kommt? Sie kommen in Wesel, Stadt Wesel. Ich bin in der Stadt Wiesel, ja. Zusammen Treffung machen. Bitte? Zusammen Treffung machen, nicht geht? Das darf ich nicht, ja. Ich weiß, Sie dürfen nicht. Aber Sie wollen auch ein bisschen. Ich merke, Stimme. Ich bin, ich bin, ich bin... Ich bin schon, deine, deine Lachen. Ich glaube, Sie auch ein bisschen sympathischer. Ich bin auch sympathischer, ja. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin noch jünger geblieben. Ich bin, äh, 52, aber wie Löwe. Ja, ich bin ja, äh, ich bin ja schon Ihre Oma. Das ist nicht Problem. Ja. Alte deutsche Sprichwort sagt, alte Schiff ist weg. Aha. Verstehe. Okay. Aber Sie haben ja in, in, äh, bestimmt Bekannte oder Arbeitskollegen... Bruder, du musst jetzt so tun, als wärst du ein Anwalt. Du musst direkt zwitscheln. Und dann auch ein bisschen, äh, ein Neuanfang starten können. Ja, ich weiß, Neuanfang, ich auch, aber, aber jetzt zum Beispiel, jetzt zum Beispiel seit fünf Minuten zusammensprechend machen, meine Herz gut. Aha, das ist gut. Jetzt, jetzt, ich bin schönes Gefühl. Ja. Äh, äh, ich, 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 ich bin guter Gefühl jetzt. Seit fünf Minuten, ich bin glücklich, meine Herz blöd gemacht, Arbeit. Ja. Aber zum Beispiel, Susanne, Wessel. Das ist gut. Ich weiß, was, wer, 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 zusammen, ich, zum Beispiel, Wessel. Nur Frage, Frage, Frage gemacht. Susanne, eine Kaffee trinken, nicht schlimm. Es gibt doch jetzt gar keinen Kaffee mehr. Jetzt, war ich, Susanne, nicht jetzt. Jetzt, ja, 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 was, ja, was, Susanne. Zum Beispiel Montag und dann Dienstag. Ich komme, ich komme, Wessel, ich nur spreche, Mann, eine Kaffee trinken, äh, nur sitzen, ganz normal, Mensch. Ja, ich denke, wir hören jetzt auf, ne? Also, da, so funktioniert das nicht. Sie wollen ja nicht für einen Kaffee nur einmal, äh, ein, ein, äh, zusammenkunft und, äh, dafür bin ich auch nicht geeignet, ne? Aber Susanne, äh, jetzt meine Herz wieder nicht gut. Gut. Okay. Also, ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, ne? Aber ich bin deine, jetzt die ganze Nacht deine Stimme, Herr, Hüke, Mann. Ja, wir können aber nicht länger telefonieren, ne? Okay, mach das gut. Ich bin, ich bin, ich bin... ne? Ich bin nicht anonym, ich bin meine Nummer 0175. Schreibe ich gemacht, Susanne. Ich würde mal sagen, ja. Ja. Okay, alles Gute Ihnen. Susanne, ja. ...dauernd, äh, die, dass Sie eine Susanne finden, ne? Tschüss. Gussi. Gussi. Bruder, ich hätte die geknackt. Susanne war... Susanne war zu viel. Ne, sie sagt, jetzt gibt sie gleich den Kaffee mehr. Ja, Susanne, sie wollten direkt treffen, Bruder. Susanne war zu viel. Sie wollte direkt kommen. Hättest du den, hättest du den Film weitergefahren, die hätte gegeben, Bruder. Also... Ja, ja, ja. Bruder, ich sag, ich bin 53. Ich sag, jetzt kannst du ja deine Oma sein. Ja, Bruder, wie halb bist du, Alter? 104, oder was? Bruder, du machst das so geil, Bruder. Du machst das so geil. Bruder, tagsüber, weißt du, wie das tagsüber geht, Bruder? Bruder, einen müssen wir noch machen. Einen machen wir noch. Einen machen wir noch, Cousin, und dann wünsche ich euch allen eine schöne Nacht. Aber einen müssen wir machen. Komm, ey, Cousins, Cousinen, haut mal einen raus jetzt, komm. Schlüsseldienst bin ich Freund von. Schlüsseldienst kann man machen. Du musst aber, Bruder, kannst du gehobenes Deutsch sprechen? Auf jeden Fall natürlich, definitiv. Also ich bin da selber auch studierter Jurist und komme aus Hallowar. § 33 Absatz 4 StGB Strafgesetz, Bruder, könnte man natürlich auch drüber sprechen. Das ist so geil, das ist so geil, das ist so genial, Alter. Das bekommt definitiv, ja. Und natürlich, das ist auch eine Frage der ethischen Hintergründe, die man sonst... Der ethischen Hintergründe? Da bin ich auch sehr zuversichtlich. Da bin ich selbst Klappstuhl. Da selbst Klappstuhl rast ich raus. Da bin ich direkt zuversichtlich, weißt du. Da ist was. Also, da brauchen wir auch nicht die ganze Zeit Schnacken drüber, weißt du. Ja. Ich komme hier und da mal vor wie im Damenscheißhaus, aber da musst du auch mal durch, weißt du. Da steckst du mal den Kopf in den Sand und dann... Da musst du auch mal blank ziehen, hör mal. Da musst du auch mal blank ziehen und einfach mal die Küche im Dorf lassen, hör mal. Na, was ist das denn für eine Kacke, bitte? Okay. So. Dann musst du einfach mal... Schlüsseldienst. Ich überleg gerade, was kann man denn geiles anrufen um die Uhrzeit? Bruder, ich hatte einmal einen AfD-Prank. Nein! Bruder! Echt? Ich hab das sogar auf meinem YouTube, Bruder. Ich rede mit ihr und da hast du direkt gehört, das sind so ne krassen Nazis, Bruder. Ich hab so ein Berliner... Also folgende, ich hab jetzt hier in meinem Haus, da ist jetzt hier irgendwie Abdalala und die so... Ach ja. Ja, die sind mittlerweile überall. Bruder, die ist so... Die ist so... Die ist direkt auf Dings am Telefon. Ja, klar. Bald sind sie alle weg. Genau so, Bruder. Wallah. Wir rufen Kianosch an. Wir rufen Kianosch an und du hast die Nummer von deinem Freund. Du bist ein bisschen verwirrt. Ja. Du hast dir die letzten drei, vier Tage ein bisschen was reingehauen. Ja. Und bist jetzt auf eine Doku gestoßen. Ja. Bezüglich DMT. Ja. Ja. Und willst wissen, was du davon hält. Aber der beleidigt nicht oder so, ne? Kianosch? Ja. Nicht, dass er anfängt zu beleidigen oder so. Der liegt auf oder so. Beleidigt oder sowas. Doch. Ich kenn diese Filme ja. Doch. Doch. Ich kenn diese Filme. Doch, doch. Schlüsseldienst. Wir rufen einfach Schlüsseldienst an. Ich schreibe deinen Rufgasment an. Rufen wir mal an. Witzel. Hat er das jetzt gerade Papari gesagt? Oder? Ich weiß, das ist gerade ein ernstes Thema. Aber Leute, jetzt zählt alles doppelt, ja? Ehhh. Einfach aus dem Nichts. Ehhh. Bruder. Volles ernstes Thema. Hat er das gerade gesagt? Ehhh. Bruder, aus dem Nichts. Wir reden gerade... Bruder, volles ernstes Thema. Wer ist das? Wer ist das? Schlüsseldienst. Siegerot Ja, hallo, ich bin Baubing, ich so eine kurze Frage Meine Tür ist so zu, ja? Ich brauche so ein Aufmachen, bitte Wo wohnen Sie? Ich bin in Essen Ich bin in Essen, ja? Wo essen? Siegerot 15 Siegerot 15, ja, Sekunde Siegerot Siegerot, ja? Ich verstehe nicht, was Sie meinen Ja, ich auch nichts Und deine Deutsch auch nicht gut, ja? Siegerot 15, ja? Siegerot 15 Siegerot 15 Siegerot 15 Ich bin schon hier, meine Tür ist schon zu, ja? Ich bin schon unten Hier hatte ich schon meinen Laden zugemacht Und meine Zeitfrau so ein Arschloch, ja? Schon dumm gemacht, ja? Tür zu Schicken Sie die SMS Ich bin schon ein Stück, ja? Ich bin schon ein Stück, ja? Okay, ja, ich bin hier, ja Hallo? Ja? Okay, kannst du deine Nummer geben bitte? Ich bin schon hier, ja? Ich bin schon hier, ja? Ja, 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 ich bin schon hier, ja? Ah, 4. Sek 094 Nein, nein, nein Fumseck ein Also, ich Ich liebe Ihnen die Telefonnummer Okay Ich verstehe nicht, was Sie meint Okay Okay, so, Deine Handy, ja? Du buchst da bis die Straße Warum sind Sie eine Unierung mit mir angerufen? Warum haben Sie nicht die normale bewahrt? Oh, ich bin in meinem Laden, ich bin Lieferer, so ein Lieferding, ja? Und immer unbekannt Ich bin Susi, ja? Ich bin Lieferung und jetzt auch so unbekannt, immer Kunde Aus Wünschenland sind Sie? Vietnam, Vietnam Ja, Moment Say ma, da, dich na ma Dich na ma, so, dat na Tick ne Okay, ich bin hier, ja? Das in, äh, Zentrum, ja, so ein Zentrum Nicht laden, dat meine Hau, hau, meine Hau Meine Frau, so ein Süßchen und weg nicht So ein verliert, weg Und ja, ich bin Laden, fertig gemacht, zu Und ja, ich will Wohnung, Hauslappen, und ja, ich kann nicht rein Dat geht nicht, ja, auch Ja 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 Aber ist wahr, ist wahr, ist wahr, saalung, ne? Okay, und äh, wie viel korte? Ist abgeschlossen oder nicht abgeschlossen? Ja, so ein Schuh. Schuh oder abgeschlossen? Sekunde. Sie machen, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das hat nur Schuh gemacht, ja? Das hat nur Schuh, das hat nicht so ein Schuh, ja? Das hat nur Schuh gemacht, ja? Nicht abgeschlossen. Das hat nicht abgeschlossen, nur Schuh gemacht, aber nichts schließen. Nur Schuh. Du, nur Schuh gemacht. Ja. Also, 200 Euro. Genau, 200 Euro. Ja, ist noch. Das ist nicht normal. Aber das ist so viel. Kannst du nicht so ein bisschen so runter und dann auch so mal raten, du kannst zu essen kommen, ja? Nein, das, ich kann nicht. Das ist, die Montur muss kommen. Mon, äh, okay. Aber du jetzt alleine oder mit Montur? Montur kommt. Montur, deine Bruder oder so? Ich verstehe nicht. Bitte? Okay. Äh, okay. Max von 100 Euro. Okay, gut, ja? Nein, kann ich nicht machen. Das ist nicht meine Firma. Okay, 110 Euro. Ja, okay. Nein, geht nicht. Das ist 200 plus Fahrt. Noch, oh, noch Fahrt auch noch. Ja, ist 18 Euro. Oh, das, ich kann so eine Wohnung kaufen in Vietnam. 200 Euro. Okay, so 150, okay? Ich komme hier, ja? Okay, 150, ja? Können Sie von WhatsApp anrufen, mit mir reden? Ja, ich mag so, okay? Ja, ich so. Aber 150, okay? Nein, kann ich nicht. Oh, bitte. Ich muss auch schon rein. Ich muss mal dabei. Bei 160, okay? Ja, so fertig. 160, okay? Das ist nicht meine Gang. Das ist Firma. Aber auch sonst war. Okay, 160, okay? Okay, 160. Ich gehe anrufen, ja? Ich baue nicht so Rechnung. Du kannst schon so. Ich mache schon 160, bitte. Okay? Nein, das muss ich nicht so sein. Das ist, wir sind Firma. Firma. Ja, ich bin auch Firma, aber ich war auch schon. Okay, so 170, aber ich nicht mehr bezahle. Das nur auch gemacht. Das ist nicht so zu. Das ist nur zugemacht. Das ist nicht so zu. Das ist nicht so zu. Die Montore ist schon geschlafen. Ich muss die... Montore ist schon schlafen. Ja, aber ich bin auch schlafen. Ich bin auch müde. Ich muss auch morgen raus. Aber er ist im Zuhause. Muss ich im Bett rausschicken. Oh, 200. Ich habe nicht. Ich habe nur 170. Ich habe nur 170. Mehr, ich habe nicht. Ich habe nur 170 Euro. Das Geld leider nicht. Tut mir leid. Das ist nicht meine Geld. Okay, Sekunde. Meine Nachbar. Sekunde. Hakan, sag mal. Kannst du kommen mit der Sekunde? Bitte reden. Okay, ich gebe meine Kollegin. Ja, bitte. Sekunde. Ja. Ali. Selam alaikum. Ja, hallo. Ali. Ja, ja, abi. Ich bin jetzt Nachbar. Ich bin Nachbar. Vietnam-Edeci. Cing Cing Club. Jetzt schon Wohnung so gemacht. Biliyor ich nicht. Wohnung so gemacht, aber nicht schließen gemacht. Nur türlü so gemacht. Ich bin schon versucht. 2 Mal töten gemacht, aber 70. Schade. Ja, was soll ich machen? Das ist nicht meine Sache. Das ist Firma Sache. Abi, ich verstehe, aber sie sind auch Mensch. Janis, sie sind auch Mensch. Der Junge ist schon seit 2 Stunden. Sie sind auch Mensch. Sie sind auch Ausländer. Zusammen sind Brüder. Nein, das verstehe ich schon. Aber die Montur ist geschlafen. Müssen wir die Montur zum Mann schicken. Das kostet. Mann, Abi, Montur, 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 Föntur. Oh, wach machen. Ja, 150, 170 Euro Güte Geld, Abi. Ich bin, ich bin 400 Euro Jobcenter bekommen. 5 Minuten Arbeit, 170 Euro. Nicht gut? Nicht 4 Minuten. Das ist zu Hause. Eine Stunde dauert hin und zurück. Ja, Abicim, ja. Heyret, ein Stunde, eine Stunde, ja. Ne yaptem, Sene, ja. Weil das nur Katerange macht, Mann, Agam. 5 Minuten, schon auf geht. Ja, aber er muss fahren bis dahin, dann wieder zurück. Tamam, ich verstehe. Deine Kollege, Deine Kollege, welche Stadt? Ja, also wir sind Firma. Also wir... Abicim, ich verstehe, Mann, Agam. Sene Firma, aber Deine Kollege, welche Stadt? Ja, das kann man nicht wirklich. Das kann man nicht, also... Aber der Handel, das kriegen die Sachen. Tamam. Eingetragen, eingetragen, kostet 69 Euro nur für Firma. Abi, warte, noch einmal Firma sagen, ich bin ein großes Problem gemacht. Ich verstehe Deine Firma, aber Deine Kollege, die Montor, Montor, welche Stadt kommt? Jetzt gut du... Essen. Tamam, jetzt du gesagt, Anfahrt gemacht, Rüttfahrt gemacht. Deine Kollege Essen kommt, nicht Hamburg. Ja, ich nacht. Ja, ich verstehe, nacht, ein Uhr, schon wohnen da, Mannachom. Ja, aber Kollege, die muss die Montoren nachts bezahlt werden. Wenn Tag arbeiten, ist anderes. Wallah, ich nicht verstehe. Aber du bist... Ich... Abicim, bach. Sekunde. Dieser Mann, Jingjing Mann, Külüb, jetzt schon, zwei Menschen, arabische Leute, Probleme gemacht. Diese Mann, seine Wohnung schlafen. Morgen früh aufstehen, Mann. Bitte, haben Sie auch Herz. Sie sind auch Mensch. Ja, welche Straße ist? Gib mir erst einmal die Adresse. Sie gehört. Sie gehört, sie gehört. Sie gehört. Essen Zentrum. Sie gehört. Züm. Zü. Aha, es. Almanca. Ha. Es. Oder. Es. Zü. Es. Zü. S. S. Ulan ne? Du schon, drogengen, no, amana, koyme. Zü. Zü. Es. Zü. 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 E. E. M. G. Ghebi gök, Die. Ja. R. Warum reden Sie so ein Kiel? Ich bin Naomi. Mein Deutsch ist nicht gut, ich bin in Deutschland zehn Jahre. Ich bin nicht Deutscher. Ich bin buchstabierend, aber mein Deutsch ist ein bisschen unbaut. Ist jemand, der da kann gut Deutsch reden? Ich bin gut Deutsch, aber. Sekunde, ich bin meine Kollegen. Ja, Baubing, valla, ne ab dem Sene, ja. Ganze Nachbarn schon wachgemacht, amalangkomm, ja. Anallah, Anallah, belahne wersen Sene, Vietnam, ja. Corona-Bring, um dir scheidegemacht, Sekunde. Ja, Ahmet, Sekunde, ich bin nicht gut Deutsch. Ich bin nicht gut Deutsch. Sekunde, ich bin nicht gut Deutsch. Ich kann den Dich, valla. Valla ich kann den Dich. Ich hab echt gedacht, er verarscht uns Cousin, valla. Oh, Bruder, ist das geil, Alter. Ich wollte sagen, Hallo, Habibli. Ich komm mit Dingen, ja ich kann mit Dingen, ich kann mit dem ... Ich bin mit Irana. Ja sie kann keine Deutsch. Können sie keine Deutsch. Die hier bringen? Ja bula ich ... Na. Dann ist Deutsch scheiße. Das ist Firma. Firma. Ich verstehe. Soll man den zurück rufen? Das ist Firma. Ich verstehe. Bebek. Azizam. Das ist Möntel, Möntel. Ja bula ich verstehe doch alter. Oh, du musst dich nicht mehr. Du machst dich gerade. Ja, du sprichst dich nicht mehr. Ja, du bist ein Kollege. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ahmet bitte, Ahmet. Ahmet, Ahmet. Hallo. Ja, hallo. Habibi. Ja, ich rufe die Adresse. Die können nicht mehr richtig buchstabieren. Welche Adresse? Welche Adresse, von der jemand hatte gesperrt? Was gesperrt? Bruder, was gesperrt? Ich komme gerade in diese Hausreihen, Tür ist zu. Was ist gesperrt? Ich verstehe den nicht, ich verstehe nicht. Ich verstehe den anderen nicht, ich verstehe dich nicht. Was ist das Problem hier? Jetzt, ich muss mit einem fremden Telefon nehmen. Wer bist du, was ist dein Problem, Habibi? Also, die haben Schlüsseldienst angerufen. Wer hat Schüsse gemacht? Auf wen hast du geschossen? Okay, schönen Abend noch. Tschüss. Bruder, der ist sofort runtergekommen. Diese Dings dann auch. Schau mal, wer? Wir haben schon Schlüsseldienst angerufen. Welche Schlüssel? Welche Schlüssel? Okay, schönen Abend noch. Ich habe eine Frage. Ich würde aber gerne wissen, wie ein Carsten Stahl die Frage beantworten würde. Und zwar, ist die Erde rund oder flach? So, hey! Mein Name ist Carsten Stahl. Ich bin der Gründer von Bündnis Frühjahrsputz und Stop Shopping in Deutschland und Österreich. Was ist denn? Erst einmal, lieber Gazi, danke, dass ich hier sein darf. Bruder, warte, ich muss dich direkt unterbrechen. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, Bruder, aber ich habe den Carsten Stahl kontaktiert. Er ist sehr anstrengend, Bruder. Inwiefern? Er ist sehr anstrengend, Bruder. Du musst echt richtig zuhören, wenn er redet und hoffst, dass du ihn nicht falsch verstehst, Bruder. Okay. Ich habe das Gefühl, er hat nie ein Dings gelernt, Bruder. Ein Punkt oder Komma. Wenn er in einem Redefluss ist... Dann, Bruder, ist vorbei. Ist vorbei. Und das Ding ist, ich habe mit ihm angefangen um 16 Uhr zu telefonieren und um 17.25 Uhr geht mein Flieger und ich muss noch meinen Koffer packen, Bruder. Und ich habe den am Telefon und ich bin kein Mensch, der abwögen tut, Bruder, weil ich habe das Gefühl, ich bin dann unfreundlich oder so, weißt du? Und ich habe mir den Film einfach gegeben die ganze Zeit, bis dann mein Sohn zu mir gekommen ist und mich irgendwas gefragt hat und während Carsten im Redefluss ist, habe ich einfach mein Mikrofon gestummt und habe zu Adam gesagt, Adam, sag jetzt laut, Baba, du musst meinen Koffer packen. Und dann habe ich mir Koffer wieder angemacht, dann hat er das gehört und dann hat der Carsten Stahl erst gemerkt, ey, okay, ich lege jetzt auf, weißt du? Der ist schon am Schalter. Der Flug geht jetzt, der muss gerade einchecken. Bruder, guck mal, ich habe ja, Bruder, die Geschichte, wie ich auf Carsten Stahl gekommen bin, Bruder, ich habe eine Story gemacht und dann hat mir jemand geschrieben, ey Bruder, du hörst dich an wie Carsten Stahl. Ja. Da habe ich mir den angeguckt, so ein Podcast bei Nisa und Shayan, wo der ja so voll so eine Stunde am Start war, oder habe ich einen Filter gesucht auf Instagram, habe das gepostet, Bruder, am nächsten Tag, ich gucke, Dings folgt mir, stopp-mobbing.de, blauer Haken. Ja. Das habe ich gemacht, Alter. Und dann schreibt er mir, ich bin Carsten, ruf mal an. Also, 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 da wollte ich jetzt nicht hingelangen. Pass auf. Ich so, was ist denn jetzt los, aber? Ja. Dann schreibt mir die Nummer, ich bin Carsten, ruf mal an. Bruder, ich rufe den an. Ich dachte die ganze Zeit, dass der nur bei RTL 2 so ist, in dieser Serie. Ey, nein, 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 er ist genau so. Ja. Ich dachte die ganze Zeit, der ist nur in dem Dings so. Zugriff! So. Aus dem Nix. Bruder, pass auf. Ich rufe ihn an. Er geht direkt so ans Telefon. Hey! Genau so. Bruder, ich habe Schock bekommen. So, Bruder. Ich bin dem, mein Cousin, mein Cousin sagt, der dachte, er sagt... Ey, was wird das denn? Was? Männer! So, wer ist das? Mach für Sie. Bruder, dann meinst du, ey, Dings, du hast mir deine Nummer geschickt. Wer ist denn da? Genau, Bruder, er ist direkt auf Agro. Ich sage, ich bin Abdel. Welcher Abdel? So. Ich sage, du hast mir gestern... Ach so, ja. Bruder, dann sagt er zu mir, ja, ich habe ja selber ja keine Zeit, mir so eine Kacke anzukicken, aber meine Frau fand das jetzt lustig. Bruder, hola! Direkt so, er hat mich direkt getestet, wo der erste Telefonat, er gibt mir nichts. Ich sage, okay. Bruder, dann sagt er... Ja, lass uns doch mal zusammen was drehen. Ich sage, das können wir machen. Dann sagt er zu mir, wie sieht das bei dir morgen aus? Ich sage, so sch... Ja, bei mir auch. So, okay, krass. Aber Bruder, dann haben wir uns irgendwann getroffen und ey, ich muss dir sagen, der ist voll der korrekte Banner. So, lieber Ralsi, mein Name ist Carsten Stahl. Wie gesagt, ich bin der Gründer von Bündnis Friedersputz und Stop Shopping in Deutschland und Österreich. Was ist denn? So, zu deiner Frage jetzt ganz kurz. Ob die Scheibe oder... Was hast du gesagt? Die Erde, ob die rund oder eine Scheibe ist. Das will ich dir beantworten. Ich komme aus Berlin-Neukölln. Und es gibt... Bruder, er kommt einfach so random. Ich komme aus Berlin-Neukölln, hat null mit der Scheibe zu tun. Und das macht das mit dir. Das ist unverhandelbar. Und dann stand ich da auf der Sonnenallee. Beim Araber. Alleine. Bei Hamoudi ist ein Schawarma-Laden. Ich da renne, ich sage, du, komm mal ran, du fitze Pieper. Das ist mit dir. Und da habe ich gefragt, was ist denn mit dem Schawarma-Spieß? Warum ist der rund? Und dann gesagt, nee, das ist Scheibenfleisch. Deswegen bin ich da an... Also, ich persönlich als Grasenstahl bin der Meinung, dass die Welt eine runde Scheibe ist. Kasi. 74. Nee, 47. Oh, jetzt hat er gespuckt. Oho. Leute. Da ist er. Feiern Sie hol. Meine Freunde, der spuckt nochmal. Du. Alles klar. Leute, wir müssen ganz kurz mal unterbrechen. Hier ist gerade... Was ist denn? Der hat jetzt hier gerade den Streaming-Tisch voll gekotzt. So ist der denn, Berlin und Köln, liebe Leute. Bauchkrämpfe. Was ist denn mit deinen Bauchkrämpfen? Na, jeder zum Doktor. Bruder, du hast jetzt hier... Du hast mich... Du hast mich einfach gekillt, Bruder. Du hast mich einfach gekillt, Bruder. Ich sterbe. Wer ist das, Ghazi? Willst du mich verarschen, Bruder? Like, das ist... Like, das ist der Man, Bruder. 2023 Cousin. Ich küsse doch deinen Kopf. Willst du mich verarschen, Bruder? Äh, Cousin, ich hab noch eine Frage an dich. Äh, Tyson oder Ali? Cousin. Ganz klar Ali, Bruder. Ohhhh, mein Mann, Bruder. Das ist doch dein Ernst. Ganz klar Ali. Mein Mann, Alter. The greatest of words, he? Wohann, machst du das Handfest? Bruder, erstmal seine Persönlichkeit. Nein, 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 nein. Die Persönlichkeit nicht, Cousin. Also wirklich rein vom Sportlichen, Bruder. Mike Tyson gegen Mohamed Ali. Es gab niemanden, der so beweglich, so schnell, so flink war wie Mohamed Ali. Da kommt kein... ... ...